Hallo, ich, die Kay, das, äh, warte, das Horrorspiel, äh, oh, wir haben zum Glück eine Flashlight, okay, ähm, ja, was soll ich jetzt machen, ne, wir haben, also wir sind hier mit unserem Auto gestrandet, wir haben wohl kein Tank mehr, mehr weiß ich nicht, wir laufen einfach mal, und dann, wir sehen einfach mal weiter, was passiert, ne, und wenn es euch gefällt, wenn ihr auf Horror steht, lasst gerne ein Abo da, und schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch so gerne Indie-Horrorspiele mögt, wie ich, hä, so, wisst ihr Bescheid, ne, ach, da juckt mir glatte Schädeldecke, ach, sehr schön, übrigens, das ist halt wirklich so, so, so lahm, ne, also ich laufe wirklich so langsam, ich finde das ein bisschen schade, Oh, hier ist ein Shop, das könnte gut sein, wir gehen einfach mal rein, wir gehen da erstmal rein, joa, ich öffne, hallo, guten Tag, oh, was ist das, ah, dankeschön, ich möchte nur, Joker? Joker? Joker, was machst du denn hier? Ich wüsste gar nicht, dass du auch einen Laden hast, okay. Oh, da ist auch noch was vorgehoben, ich mach mal Flashlight aus, okay, haben wir hier irgendwas? Ne, ich geh mal alle Regale durch. Aha, 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 da ist nichts, wie es aussieht. Aha, 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 ich muss halt gucken, ne. Warum machen wir eigentlich unsere Einkäufe jetzt, ist es gar nicht Zeit, hoch, ein Multivitaminsaft, ist doch gar nicht Zeit für Einkäufe. Ich glaub, das war's, oder? Ich glaub, das war, nee, warte mal, da ist noch eine O-Saft. Ah, nein, oder? Nee. Okay, ich geh mal, ich geh mal, hallo? Regal, lass mich doch los. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ne, auf jeden Fall. Fine. Von U31. Danke, ja, bitte, äh, bitte, hier, danke, danke, ciao, ne. Goodbye. Goodbye. Machen Sie es gut. Sie sind anscheinend hier Manager oder Mitarbeiter des Monats. Ja, dann geh ich hier einfach mal, ich hab hier alles, ne. Och, nö, ich mach Flashlighter. Was? Hallo? Lustiger Mann, der aussah wie Joker? Okay. Ähm. Ja. Okay. Oh, ich geh einfach durch die Tür. Geht bestimmt hinten raus oder im Keller. Hinten raus, naja, na, guck mal. Haben wir hier irgendwas? Aha, Absperrungen. Aber damit den kann ich nichts machen. Okay, nein, mit dem kann ich nichts machen. So, wir haben hier jetzt noch ein... Ich öffne mal. Einfach mal. Ganz gechillt. Oh, ein Schlüssel. Take a key. Ich würde gern... Naja, ist egal. Boah. Ich hab mich nicht erschrocken. Blöde Spiel. Alter. Da hab ich schon ein bisschen was jetzt in der Hose, ne. Ich geh einfach wieder. Ich hab ja jetzt... Die Tür müssen ja fun... Die... Die... Okay. Lali, lali, la... Ei, 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 ei... Ei, 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 ei. Macht's. Aua. Gib mir einen Moment, gib mir einen Moment. Was? Hallo, oh, sie leben ja noch. Och, Mensch. Da bin ich aber froh drüber. Machen sie es gut, ne? Ich mag das nicht mehr. Ich gehe jetzt einfach. Ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. So, hier noch den Laternenfall knutschen. Da hinten ist mein Auto. Ich bin richtig froh, dass wir das überlebt haben. War jetzt nur der eine Jumpscare irgendwie? Finde ich ein bisschen... Also, ich verstehe die Geschichte irgendwie dahinter. Man ist gestrandet und dies und das. Aber weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. So bist du, ne? Ja, da haben wir doch das Auto gleich erreicht. Oh, Alter, bitte lass hier nichts mehr aus dem Gepisch rausspringen. Was ist das? Thanks for the walkthrough of a little indie horror. If you do not understand the plot of the game, then I ask you to play through it and listen to all the dialogues and most importantly listen. This is my first game and I hope you like it. Author, Autor, General Sachse. Faxe. Ja, ist halt, was soll ich sagen, war halt ein kleines Horrorspiel, ne? Komm, kommen definitiv noch andere und bessere, bestimmt. Also, es war schon okay. Der Jumpscare hat mich schon ein bisschen abgeholt, aber, ja. Ne, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Genau. Und da,화�